Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Christian Prokop und ich möchte dich auf meinen persönlichen Jakobsweg mitnehmen. Ich laufe in Portolos und komme in Santiago de Compostela an. Und das hier wird kein Tagebuch mit ich empfehle dir die und die Hostels und das und das musst du unbedingt essen und da musst du unbedingt einlaufen. Nein. Ich lasse dich daran teilhaben, was mich auf diesem Weg bewegt, was meine Lektionen sind, was die Dinge sind, die ich den Tag vorher gelernt habe. Das möchte ich mit dir teilen und da möchte ich mit dir zusammen auf die Reise gehen. Also wenn du da Lust drauf hast, dann guck dir die kommenden 19 Tage an. Wir sehen und hören uns. Dein Christian.